als erstes muss vorbereiten die leo manchere man muss schneiden die leo manchere aus wenn ausschneiden dann machen große böler test mit die leo manchere siehst du gut schneiden so machen wir dreimal die leo manchere einmal mittel einmal kleine leo manchere und auch ausgeschnitten und jetzt machen wir die große leo manchere ein bisschen verzogen ein bisschen hübscher jetzt weil ihr gesicht ein bisschen lang gezogen ein bisschen hübscher die leo manchere gut ok jetzt machen pause dann gehen und machen die böler test mit die leo manchere anfangen mit kleinem bild für kleine leo nehmen wir kleine böler so machen hier ein kleines loch rein eine kleine leo man muss schauen was passiert diese test vielleicht gefährlich schauen wir mal ja leon leon hat überlebt nehmen wir das nächste bild haben wir dritte leon also dritte leon ein bisschen größere leon haben wir größere böler machen wir noch mal rein schauen wir was passiert mit dem maschere machen wir noch ein bisschen leon hat die bursche ziehe junge ja auch überlebt ein bisschen brennen hier böler diese leon gut stabil jetzt nehmen die letzte leon jetzt nehmen die große leon aber extra große böler aber aufpassen diese böler habe gewicht jetzt muss schauen was mit dieser leon passiert machen wir diese so wickeln wir richtig rum diese leon diese leon maschere jetzt gibt keine verantwortung machen wir was passiert mit dieser leon und zünden korrekt auch diese diese ganz kaputt ich finde die leon nicht mehr leon kleine fetzen gerissen schaust du diese leon jetzt jetzt kaputt gemacht ja jetzt was machen wir mit dieser leon ich habe bitte gut wir gehen hoch und mit dieser leon fetzen schmeißen eine toilette rein diese leon maschere ja und spielen runter dann gut tschüss leon jetzt leon weg alles gut tschüss tschüss freunde jetzt leon weg